Müssen wir mal hier gucken. Ah, Moment. Zwei, drei. War das so? Ja, sehr schön. Ah, eine Teleskoplinse habe ich gefunden, wisst ihr? Ein Pergamentstück. Du Stück. Okay, die Linsen können wir schon einbauen. Hoffentlich. Oder können wir da noch ein bisschen rumfummeln? Nee, glaub nicht. Oh, und endliche Weiten. Wir schreiben das ja. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Also das ist dann wieder dieses... Zeichen. Boah, das ist ja voll knifflig. Das ist ja auch voll klein. Das ist jetzt schon mal nicht. Kreis, Kreis. Raute, raute, raute. Okay, das ist... Was ist das? Eine Drei. Und eine Sieben. Also die Drei beim Stern, die Sieben beim Mond. Die Drei beim Stern, und die Sieben. Wo ist es denn? Wie sieht das Ding noch... Ich muss mir das Ding noch mal angucken. Ach so... So geschwungen ist das. Das da, oder nicht? Nee, das... Das? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ich hab's mir gerade nochmal angeguckt in der Wiederholung. Oh Mann, das ist so... Das ist so peinlich. Ich bin so ein... Erschreckendes Wesen. So, jetzt hab ich ne Platte bekommen. Nee! Was mach ich denn damit? Ja, macht euch nur lustig. Kann ich da hin, die da hin machen? Nee. Wo kommt die Platte hin? Nee. 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 Eins, hier kommt die Sonne. Rammstein und so. Oh, guck mal. Ah. Ah. Was? Moment. Mond ist das Dreieck. Stern ist sowas gekringeltes. Mond ist das Dreieck und Stern ist gekringelt. Mond ist das Dreieck und Stern ist gekringelt. Ein Mond, der um einen Mond kreist. Was soll es geben? Ich will schon wieder geblitzt links werden. Ach, diesmal hab ich mich nicht erschrocken. Was ist das? Ein Eisengriff. Den können wir bestimmt an der rechten Tür benutzen. Oder kann man da noch dran rumfummeln? Oh, der sieht aber schon bisschen verdreht aus, so. Jetzt sind wir draußen. Das ist eine Sonnenuhr. Hier ist ein Schalter. Das sehe ich doch von hier. Oder auch nicht. Bäumchen. Okay, dann gehen wir mal hier hinten an den Tisch. Observatorium. Ich hab einfach nur rumgedreht. Diese kleine Tür weist ein aufwendiges Muster auf. Ist das so? Kleines Zahnrad. Da ist nämlich ein E. Okay. Deswegen wusste ich. Ein großes Zahnrad. Hier ist auch noch irgendwas. Werkzeug. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Oh. Ich will ja mal einen Doppelklick drauf machen. Da kann man, glaub ich, nichts mitmachen. Da auch nicht. Hm. Das war's hier? Ja. Kann ja nicht sein. Oh nein. Vielleicht öffnet sich meine Externe wieder. Oh, Moment. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Wie ich gesagt habe, meine Externe hat sich geöffnet. Das war's hier. Ah, okay. Ist hier jetzt Saft oder was? Tatsächlich. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Mir gefällt das hier echt. Das ist schön. Hm. Hm. Zur Oberfläche befindet sich eine sechseckige Fassung. Ja. Gut. Ein Sonnenuhrmodell. Wo hat die Statteln hier? Nee. Komm ich nirgends wohin? Hm. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Ja. Holy. So, jetzt können wir da irgendwas an dem Ding machen. Denke ich mal. Okay. Oh. Ganz viel Kleinkram. Ganz viele Sachen, die man benutzen kann. Bis dahin. Ach. Ich habe mehrere Möglichkeiten oder was? Der Sandort passt perfekt, aber ich kann es trotzdem entfernen. Okay. Das ist gut. Oh. Oh. Tja. Fertig. Tja. Pft.